hallo und herzlich willkommen bei Red Dog & Mill. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich folgendes Spiel Shop Titan. Das habe ich gestern schon mit angefangen und heute der zweite Teil. Musik ist an, Sound ist da. Gut, aber ich habe gestern nicht mehr weiter gespielt mit den Spielen. Ich kam nicht dazu. Ich hätte gerne noch ein bisschen was geguckt, aber naja. Mal klappt das, meine ich. So, der möchte eine Mütze haben. Verkauf mal was. Ja, ja. Ein Lager. Was will der denn haben? Ein Augenblick. Ah, der möchte sieben Rüstungen haben. Der möchte eine haben. Warte, warte. Warte, warte. Verkaufen. Und der möchte Schuhe haben. Nein. Ach, Mist. Das war das Falsche. Fertigen. Fertigen. Rüstung. Fertigen. Ach, ich kann nur zwei fertigen. Warte. Fertigen. 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 Das ist so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rangaufsteg. Oh, super. Also nichts, was Erz kostet, sondern nur Leder erst mal produzieren. Ach, die habe ich doch gerade schon. Egal. Die drei Sachen habe ich. Die drei Sachen habe ich. Ach so. Er wollte kein Erz kaufen, er wollte Erz verkaufen. Na gut. Na gut. Also wenn einer was verkaufen möchte, sofort kaufen. Jetzt nicht bewerten. Ich habe einen Rangaufsteg. ich habe schon 1500 jetzt ich glaube ich habe ich 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 es ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah. Fertig. Fertig. Also die Schuhe bringen muss ich am meisten. Am besten wäre es wenn ich die Schuhe weitermache. Warten. Naja. Ich fertig noch einmal hier was. Und dann würde ich mal sagen. Den noch schnell verkaufen. Der will bestimmt irgendwas haben. Oder die. Hey. Mädchen. Hm. Zwei mal. Hm. Lokal. Zwei mal ist. Zwei mal ist. Zwei mal ist mit. Um verabschiedrate. Zwei mal bist. Zwei mal ist mit. Zwei mal ist. Zwei mal ist mit. Wir müssen nur noch die Dinge verkaufen. Och, no. Ach, jetzt so. Ah, es war noch nicht. 25 Ach Mensch Oh, yeah, super Coffee Okay ich möchte keine Quests haben, dann höre ich auf! Scheiße! Hm... Ja, das ist gut. Okay, das ist auch gut. Eins. Das ist bei... Wieviel habe ich denn jetzt? Drei Stück, zwei fehlen noch. Und nein, los, 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 los. Ich glaube, ich durfte jetzt gar nichts mehr haben in Lager. Elf Sachen in Lager. Eine Rüstung. Eine brauche ich noch. Komm schon, komm schon. Super. Ah, okay. Hm, der wird bestimmt auch so anderes tun haben. Ne, ein Helm. Du hast doch schon einen auf. Brauchst du noch so einen? Ach ja. So. Und nochmal. Drei. Vier. Und... Fünf. Jawohl. Und verkaufen. Spiel beenden. Jetzt will ich mir schnell das Ticket abholen. Ticket abholen. Das werde ich auch gleich spielen. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich habe mich gefreut, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.